Hallo Leute, herzlich willkommen zum Abo-Special. Ich habe ja gesagt, bei 50 Abonnenten mache ich ein kleines Special und unter euch wollte ich dann einen Amazon-Gutschein in Wert von 50 Euro verlosen. Wie gesagt, ihr seid eben wieder Abonnenten oder ihr seid jetzt gerade da zufällig drauf gestoßen oder Bock meinen Kanal zu abonnieren, dann lasst gerne ein Abo da. Und wie gesagt, einfach reinschreiben unten in die Kommentare, Hashtag Abo-Special und dann seid ihr automatisch an dem Gewinnspiel und nehmt teil. Ja, ihr könnt mich dann kontaktieren, ich mache da ein kleines extra Video zu, wer gewonnen hat, ihr könnt mich dann kontaktieren über Instagram, Facebook, E-Mail. So drei, sag ich mal, Standardsachen und die meisten von euch, ja die meisten möchte ich nicht sagen, aber einige von euch, die kenne ich ja auch mittlerweile schon. Und ja, von daher, alles locker. Und ich habe auch gesehen, gerade, wo ich auf den Kanal gegangen bin, dass schon wieder einige Abonnenten dazugekommen sind, das freut mich natürlich. Und ich wollte jetzt da direkt ankündigen beim 100er Abo-Special, da wird kein Gewinnspiel stattfinden, da wird ein kleines Special zum Kanal stattfinden. Da werde ich mal so, ich sag mal, erzählen, warum das Logo, wie der Name zustande gekommen ist, was der eigentliche Plan war für diesen Kanal. Also eigentlich, das mit dem Gaming, das ist so ein bisschen, naja, es war eigentlich ein ganz anderer Plan dahinter. Und wie gesagt, das mache ich beim 100er, wenn wir 100 Leute da sind, machen wir ein kleines Special raus. Und wie gesagt, Gewinnspiele kommen auch so noch, das nächste wird morgen kommen, also das wird das, ja wie soll ich das sagen, die Erklärung, wie das Gewinnspiel läuft. Und seid da auf jeden Fall gespannt drauf, kommt auch wieder rein. Und diese Auslosung, beziehungsweise das ist Auslosung, einer von euch gewinnt die 50 Euro, den Amazon-Gutschein. Und ja, wie gesagt, dann werde ich euch den Code zuschicken und ist das Einfachste. Dann könnt ihr über euer Konto oder von mir aus auch verschenken, wie ihr möchtet, die 50 Euro einlösen und was Schönes machen, was euch kaufen oder wie auch immer. Aber, ne, und ja, mehr habe ich nicht zu sagen. Wie gesagt, ich mache da ein kleines Video, wenn ich das dann ausgelost habe oder auslose. Und das wird dann nächste Woche stattfinden. Wer bis dahin nicht in die Kommentare reingeschrieben hat, der hat leider Pech gehabt. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Und wenn ihr noch kein Abonnent seid, abonniert eben, nehmt dran teil im Abo-Special. Es werden noch mehr Gewinnspiele kommen, also von daher, es lohnt sich. Und wünsche euch einen schönen Tag, haut rein. Ciao.